Die Top 20, Freunde, ist erreicht. Der Mauswandel-Liste für das Jahr 2019. Es warten sehr, sehr viele geile Spiele noch auf uns. Wir machen auch gleich sofort weiter. Natürlich wie immer, dickes Dankeschön für euer Feedback. Danke für die ganzen Bewertungen, Kommentare. Rätselt gerne weiter mit. Führt gerne eure Listen weiter. Und lasst uns wieder weiterhin gerne eine Bewertung da. Auf jeden Fall, wie gesagt, Dankeschön für die Unterstützung. Social-Media-Seiten auch gerne abchecken. Twitter, Instagram, aber auch Twitch, wenn ihr mögt. Das wäre auch sehr, sehr cool. Ansonsten, Freunde, habe ich ja den einen oder anderen Tipp gegeben. Der eine oder andere ist auf einen oder anderen Titel auch gestoßen. Aber nicht alle. Aber wir werden jetzt mal gucken, Freunde. Und zwar fangen wir natürlich an mit Platz 20. Top 20, Junge. So, der erste Titel ist Metro Exodus. Das ist bei mir auf Platz 20. Und da war ja auch der Tipp recht deutlich. Da kamen sehr, sehr viele drauf, verhältnismäßig. Und ja, Freunde, der nächste Titel der Metro-Reihe, der dritte Teil schon. Das Ganze basierend ja auf einer Buchreihe, die ich noch nicht gelesen habe. Kann ja vielleicht mal jemand reinschreiben, ob die wirklich so geil sind. Bin mal sehr gespannt. Ansonsten, Metro Exodus wurde ja auf der Xbox-Pressekonferenz angekündigt das erste Mal und sah bombastisch gut aus. Leider wurde das ja auch verschoben. Ursprünglich soll das ja eigentlich dieses Jahr kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, was der neue Release ist. Ich weiß gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, in diesem Spiel sind wir unterwegs in Russland und alles ist nicht mehr so, wie es vorher war. Die Menschen sind in den U-Bahn-Schächten nach unten in den Untergrund geschlüpft und oben an der Oberfläche ist das Leben nicht mehr wirklich lebenswert. Beziehungsweise, wie soll man das sagen, man kann nicht mehr so wirklich erleben. Alles ist mutiert so ein bisschen übernatürliche Monster sind auf der Jagd nach dir, natürlich Essens- und Munitionsknappheit. Deswegen muss man in diesen Spielen auch relativ gut schleichen und auf seine Ressourcen achten und so weiter. Aber ja, ansonsten ist es eigentlich eher so ein übelst atmosphärisch geiler Shooter. Und das erste Gameplay, was man damals gesehen hat, das sah nicht nur geil aus. Klar war es sehr, sehr viel gescriptet, das heißt, es war sehr, sehr viel geplant, wie das ablaufen wird und so weiter. Aber es sah echt cool aus. Es hatte eine mega geile Atmosphäre und ich bin gespannt auf den Titel. Ich hoffe, er wird richtig geil. Ich hoffe, er wird dann, wenn er geil wird, auch erfolgreich und ich bin mal gespannt. Ich habe echt Bock auf den Titel. Ich muss dazu sagen, ich habe die Vorgänger beide nie wirklich durchgezockt. Deswegen müsste ich das eigentlich vorher mal nachholen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich habe auch da seit Längerem die verbesserte Version auf der Platte. Aber man kennt es ja. Erstmal Spiele kaufen und niemals zocken. Das ist so ein bisschen mein Motto leider, weil die Zeit halt auch fehlt. Aber egal. Gut, egal, Freunde. Der Titel muss trotzdem drauf sein. Sieht sehr, sehr geil aus. Platz 19 ist bei mir Halo Infinite. Und Halo ist eigentlich schon so eine Reihe, die ich sehr, sehr geil finde. Aber Halo Infinite ist bei mir aus mehreren Gründen nur auf Platz 19, in Anführungsstrichen. Unter anderem, weil man bisher noch nicht wirklich weiß, was das eigentlich für ein Spiel wird. Normalerweise müsste jetzt der sechste Teil kommen, aber es heißt Halo Infinite. Geht es wieder Back to the Roots? Wird es ein Battle Royale-Ding oder so? Es könnte ja alles im Moment sein, gefühlt. Und der erste Trailer ist halt absolut nichts sagen. Und der zweite Punkt, muss man auch ganz ehrlich sagen, 343 Industries, was sie bisher mit der Halo-Serie gemacht haben, storymäßig war jetzt nicht so der Überbringer. Gerade der vierte Teil, den fand ich wirklich nicht so stark. Der fünfte war schon wieder besser, aber auch der Multiplayer, der ist noch nicht so auf dem Level, wie es damals war. Aber es ist halt auch eine andere Zeit, ja. Es ist eine andere Zeit, ich muss ganz ehrlich sagen, dass Halo diese Fähigkeiten und diese Dashes und so weiter mit drin sind. Das hat ja ursprünglich ja noch Bungie mit ins Laufen gebracht, dass du plötzlich Fähigkeiten hattest, obwohl du früher vollkommen zurecht gekommen bist mit diesem Standard-Gameplay, dass du Waffen auf der Map findest und so weiter ohne irgendwelche Special-Fähigkeiten wie Dashes, Slashes und hast du nicht gesehen. Schild und hier und da und hast du nicht gesehen. Das ist unnötig meiner Meinung nach im Multiplayer von Halo. Und wie gesagt, die Story war jetzt bisher auch noch nicht so stark, was sie da gebracht haben. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sie mit der Halo-Reihe weiterkommen, denn für mich war das immer einer der Multiplayer-Titel überhaupt. Oder geht schon mal die Stimme weg? Halo 3 zum Beispiel habe ich mega, mega mäßig gesucht. Alter, meine Stimme ist nicht weg. Moment. So, Halo 3 habe ich damals mega gesuchtet, richtig, richtig krass gesuchtet. Das war einer der Multiplayer-Spiele, die ich am meisten in meinem Leben gezockt habe. Und da war das einfach, das war eine richtig geile Zeit. Das hatte grundsätzlich erstmal coole Maps und was ich auch immer sehr gelobt habe, wie sie damals mit den selbstgebauten Maps der Fans umgegangen sind. Dass da teilweise wirklich selbstgebaute Fan-Maps mit in die normale Map-Rotation kamen, um noch mehr das Ganze zu erweitern. Das wurde später auch übernommen. So ist es ja jetzt nicht. Es gab auch so eine geile Schmiede in Halo 5. Und da wurde auch vieles Geiles gebaut. Das war immer so für mich cooles, knackiges Gameplay, mega geile Steuerung auf der Konsole, aber auch nicht zu überfüllt mit irgendwelchen, wie es damals ja groß war schon, Abschussserien, Fähigkeiten und so weiter. Das wurde ja langsam nach und nach reingebracht mit diesen Fähigkeiten. Und das habe ich jetzt nicht so begrüßt. Deswegen mal gucken, wie sie damit umgehen. Halo ist immer nur eine Riesenmarke für Microsoft. Die müssen sie auf jeden Fall wieder richtig, richtig stark zurückbringen. Und das muss dem Namen gerecht werden auf jeden Fall. Der nächste Titel, Platz 18, ist bei mir Nioh 2. Und Nioh 2 geht auch wieder so Richtung Dark Souls-artigem Gameplay. Und der erste Teil war mega, mega nice. Ich habe den sehr, sehr gerne gezockt. Das war nämlich zu der Zeit, wo ich dann zwei Monate krank war. Da habe ich diesen als einzigen Teil, als einziges Spiel gezockt. Auch einer der wenigen Singleplayer-Spiele, die ich seit ich YouTube mache, privat durchgezockt habe. Das hat dieses YouTube-Ding für mich genommen, privat Singleplayer-Sachen zu zocken. Es ist, ja, kannst du wirklich an einer Hand abzählen. Über die acht Jahre, letztens war ja erst mein achtjähriges Jubiläum. Das ist einer der wenigen Teile. Und dieses Samurai, auch so ein bisschen Ninja-Japano-Setting und so weiter hat sehr, sehr gut gepasst. Es hatte sehr, sehr coole Levels und so weiter. Es hatte auch sehr, sehr coole Online-Anbindungen, ja. Dass du gut mit anderen Leuten zocken konntest, wenn du da Bock drauf hattest. Und es war natürlich wieder so eine geile Herausforderung. Plus, es hatte seinen eigenen Stil auch so ein bisschen. Dass du gerade auch deinen Kampfstil ein bisschen besser noch beeinflussen konntest, als zum Beispiel in Dark Souls. Dass du diese Stances, diese Haltungen der Waffe hattest, dass du nach oben oder unten oder in der Mitte halten konntest. Je nachdem, hast du mehr Schaden oder mehr Schnelligkeit gehabt und so weiter. Und das Ganze hat auf jeden Fall gebockt. Und das Spiel war cool, es hat echt Laune gemacht. Und wenn der zweite Teil noch das Ganze weiter ausbaut, noch größer wird, noch ein bisschen die Levels besser aufbaut. Die waren jetzt stellenweise nicht so geil. Manche Levels waren jetzt nicht so geil, dass du dachtest, Alter, sowas habe ich noch nie gesehen. Da waren halt stellenweise normale Japano-Samurai-Dörfer drin, wo du halt nichts Besonderes hattest. Das war halt wirklich nur das, wie du siehst, wenn du dir jetzt vorstellst, ey, wie könnte ein Samurai-Dorf aussehen im alten Japan? Genauso sah es aus. Und das war es dann auch schon. Und wenn man da noch so ein bisschen mehr rausholt, vielleicht sogar eine zusammenhängende Welt, weil du hattest so eher eigene Abschnitte. Dann könnte das nochmal ein ticken geiler werden als der Vorgänger. Und Nioh 2 werde ich auf jeden Fall mehr reinziehen. Ich fand den ersten richtig, richtig nice. So, der letzte Teil des Videos, Platz 17, ist Mortal Kombat 11. Und da gibst du natürlich deftig, saftig, knapptig auf die Fresse. Auch der Titel wurde jetzt erst vor kurzem angekündigt. Kommt schon in knapp einem halben Jahr, glaube ich. Ich glaube, oder? Ja, ungefähr so. Vier, fünf Monate. Und das wird natürlich richtig geil. Schon Mortal Kombat X oder Mortal Kombat X fand ich mega nice. Gerade auch die Story durchzocken, hat es so gebockt. Das sind ja die gleichen Macher auch von Injustice. Und bei Injustice hat es Bock gemacht, bei Mortal Kombat, Injustice 2. Und jetzt hoffentlich auch mal Mortal Kombat 11. Der Ankündigungstrailer, da haben sie natürlich nochmal das versucht, was sie bei Mortal Kombat X gemacht haben. Einen coolen Kampf hinten ablaufen zu lassen und dann coole Rapmusik. Aber das hat nicht funktioniert wie beim ersten Teil. Der Song war schwächer und die Bilder waren auch schwächer. Aber das tut ja nichts zur Sache, wenn das Spiel am Ende dann draußen ist. Da gehe ich sehr davon aus, dass es wieder richtig geil wird. Es hat sich auch vor allen Dingen sehr geil gesteuert. Und damals, muss ich sagen, habe ich kurz nach dem Release mir diese... Sorry, ich kränkele ein bisschen rum. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, ich werde nicht wieder krank. Ja, damals habe ich mir dann zu Release so diese Pro-Turniere reingezogen. Und da kriegst du natürlich direkt wieder mehr Bock. Weißt du, wenn du Pros zocken siehst, dann kriegst du richtig Bock auf das Game und willst da selber so abgehen. Und spielst es dann und merkst, dass du einfach nur scheiße bist. Das ist natürlich traurig. Aber Mortal Kombat gehört auf jeden Fall mit zu den geileren Beat'em Ups. Da habe ich richtig Bock drauf. Nächstes Jahr kommt er sowieso. Das ist sowieso irgendwie, habe ich das Gefühl, die letzten Jahre kommen immer wieder mehr Beat'em Ups raus. Es gab eine Zeit, da war das riesengroß. Gerade so zu meiner Anfangszeit damals auf Super Nintendo und so weiter. Auch auf der Playstation 2 gab es immer wieder dann coole Beat'em Ups. Und dann war eher so ein bisschen Ruhe, bis dann Street Fighter 4 rauskam. Und das hat das wieder so ein bisschen losgetreten. Und auch die letzten Jahre kommen da immer wieder neue Beat'em Ups raus. Auch dieses Jahr, Dragon Ball, Soul Calibur, war da nicht noch irgendwas, irgendein Beat'em Ups? Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber nächstes Jahr auch, Dead or Alive 6, Mortal Kombat, Tekken kam glaube ich 2017 raus. Tekken 7 war glaube ich 2017. Da kam ja auch Injustice raus. Es kommen immer wieder so jedes Jahr so ein, zwei neue Beat'em Ups raus. Und dieses Genre ist auf jeden Fall wieder dick am Start. Was mich natürlich sehr, sehr freut. Und auch wenn ich leider nicht so krass bin. Das sind halt auch so Spiele, wenn du da richtig krass sein willst, musst du auch übel Zeit investieren. Aber sie machen einfach immer wieder Bock. So, Freunde, das war's. Bevor ich jetzt hier wirklich zusammenklappe. Nein, Spaß, aber bevor ich jetzt hier weiter huste und hast nicht gesehen. Machen wir nochmal kurz die Tipps für die nächste Folge. Es wird zombie-haltig für zwei Games. Es wird die neue Rollenspiel-Hoffnung so ein bisschen für mich. Und es wird übernatürlich. Wir spielen etwas Übernatürliches und müssen uns aufleveln. Deswegen, damit wir noch übernatürlicher werden. Ja, das sind glaube ich ganz gute Tipps. Ihr könnt ja jetzt, also langsam wird's ja nicht mehr, sind ja nicht mehr so viele Zombie-Games zum Beispiel. Im Rennen, da kann man schon mal drauf kommen. Und neue Rollenspiel-Hoffnungen. Ja, ist ein bisschen vage, aber da kann man vielleicht auch drauf kommen. Und der andere Titel, da bin ich mal gespannt, ob ihr drauf kommt. Also man selber ist übernatürlich und wird immer übernatürlicher. Mal gucken. So, meine Stimme versagt schon wieder. Deswegen verabschiede ich mich, Freunde. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Und bis zum nächsten Mal.